Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Diese Videoreihe wie immer gesponsert von Games Island. Vielen Dank an der Stelle nochmal für die bereitgestellten Produkte. Und wir legen jetzt natürlich sofort los. Viel Spaß mit diesem Video. So, los geht's. Wir starten natürlich wie immer mit dem Bundle in die Unboxing-Reihe. So machen wir das ja immer hier auf dem Kanal. Das ist halt meistens mein Favorite-Produkt. Ich finde das Bundle halt immer super cool. Und es ist halt wirklich auch sehr schön hier zum Eröffnen in dieser Videoreihe, wie ich finde. Das Bundle, wer das Ganze noch nicht kennt, ich habe euch den gesamten Inhalt hier noch einmal aufgebaut. Dann könnt ihr nochmal kurz drüber schauen. Natürlich, die Booster sind am interessantesten. Die machen wir gleich zusammen auf. Und wir sind ja auch heute im ersten richtigen Unboxing-Video. Könnte eventuell einen Moment länger dauern. Ihr kennt mich. Ich rede dann immer noch ganz gerne ein bisschen über die Karten. Aber wir haben ja noch super viele andere Produkte. Also beim Bundle können wir immer so langsam loslegen. Genau das wollen wir heute machen. Der Rest des Inhalts ist halt auf jeden Fall super cool, wie ich finde. Wenn man sich nicht sofort ein ganzes Display kaufen will, vielleicht mal so in die Edition reinschauen will. Ich finde halt, so ein Bundle geht halt eigentlich immer. Man kriegt halt zehn Booster. Das ist eine ganz nette Anzahl. So ein bisschen Gimmicks, Zubehör dazu. Ein Würfel. Ich persönlich brauche den jetzt nicht unbedingt. Ist aber immer so eine ganz nette Sache. Die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Der Player's Guide ist super cool. Kann man nochmal ein bisschen drin nachlesen. Auch zur Story. Die Umverpackung ist noch ein Poster, wenn man das benutzen will. Und natürlich die eigentliche Box kann man auch super benutzen, um Karten aufzubewahren. Man hat ein paar Standardländer dabei. Also ich finde die Box an sich halt super cool. Hat mir schon immer sehr gut gefallen. Und zehn Booster ist auf jeden Fall eine schöne Anzahl. So sieht auf jeden Fall das Bundle von innen aus. Ich wollte euch das einfach nochmal kurz gezeigt haben. Und jetzt machen wir natürlich zusammen die zehn Booster auf. Weiter geht's. So, jetzt sind aber wirklich die Booster dran. Ich freue mich wirklich schon seit Wochen mit euch die Unboxing-Reihe zu beginnen. Macht auf jeden Fall immer Spaß zusammen ein paar Booster aufzumachen. Ich bin super gespannt, was wir diesmal zusammen finden werden. Ein paar Booster habe ich ja schon aufgemacht. Das ein oder andere zielt. Habe ich schon gespielt. Aber so richtig Booster-Unboxing-Reihe, das ist schon immer noch was anderes. Ich bin gespannt, was wir finden. Was wir alles daraus machen werden. Welche Decks ich demnächst bauen werde. Ich brauche auf jeden Fall einige Karten. Unter anderem fürs Commander-Format. Also viele Karten werden auf jeden Fall gesucht. Ich bin mal gespannt, was wir finden. Legen wir wirklich jetzt mal mit dem ersten Booster los. Mal schauen. Heute Unboxing-Reihe gehen wir so ein bisschen, ja noch ein bisschen langsamer durch die Booster. Die meisten Karten sind ja jetzt noch nicht ganz so bekannt. Aber mal schauen, was wir finden. Natürlich die Rares, Mythic Rares, besonders interessant. Mal schauen, was wir alles finden. Na, mal gucken. So. Was haben wir hier bei den Cummins? Ja, da sind natürlich ein paar interessante Limited-Karten dabei. Aber jetzt nicht übermäßig viele. Viele super wichtige Karten, die ich jetzt zum Beispiel suche. Hier wie das Trusted Pegasus. Zum Beispiel eine solide Limited-Karte. Also die Karten kann man halt alle zocken. Mal gucken, was die ersten Uncomings hergeben. Hier Paradise Druid. Finde ich ganz cool für eine Uncoming. Macht Mana einer beliebigen Farbe. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Dann haben wir Mowu. Auch ganz cool. Wollte ich auf jeden Fall in einem Fun-Deck noch verbauen. Jetzt demnächst natürlich auch einige Building on the Budgets hier auf dem Kanal. Mit den neuen Karten will ich natürlich ein paar preiswerte Decks bauen. Hier Sahili wird mit Sicherheit verbaut. Quasi mit der eingebauten Young Pyromancer-Fähigkeit. Nicht ganz die gleiche Karte natürlich. Aber hier als Planeswalker auf eine Uncoming-Karte wieder. Finde ich super, super stark. Kann man mit Sicherheit auch super im Competitive zocken. Bin mal gespannt, was sich da noch so entwickelt. Aber auch hier als Budget-Casual-Karte kann man sie auf jeden Fall super gut verbauen. Vom Power-Level her eine sehr starke Ankammeln auf jeden Fall. So, gehen wir mal weiter. Uh, direkt die Foil dabei. Mal schauen, wir haben hier noch einen Dreadhort-Butcher als erste Rare. Den finde ich auf jeden Fall sehr solide. Sieht man ab und zu im Moment in diesen sehr aggressiven Decks. Sei es Raktos-Agro oder Madu-Agro. So ein bisschen so Aristocrats-Decks. Sehr gute Eröffnung für die Decks. Sehr schöne Karte. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann nochmal ein Foil-Crawl-Stinger. Okay, das ist jetzt nicht so übermäßig. Das Land und der Token aber hier mit dem Butcher als Eröffnung. Da können wir auf jeden Fall nichts sagen. Ich lege die Rares wieder nach oben. Dann haben wir am Ende wieder eine schöne Übersicht. So, Booster Nr. 2. Mal schauen. So ein schöner Rare Mythic Planeswalker würden wir natürlich auch nehmen. Mal schauen, ob sich nochmal Nicole Bolas zeigt hier in den Paper-Unboxings. Bin ich auch mal gespannt. Liliana hätte ich auch super Interesse dran an der Karte. Würde ich mich auch nicht beschweren. Wie gesagt, so ein paar einzelne Karten auf jeden Fall fürs Commander. Bin ich auf der Suche. Mal schauen, was wir finden. So, die Uncommons wieder. Hier die Legionärin im Feather-Deck im Moment gespielt. Sehr gute Karte. Also Feather, sehr gute Karte. Hier die Legionärin. Auf jeden Fall auch solide. Nimmt man auf jeden Fall mit, so als Uncommon. Dann der Troll ist in Ordnung. The Wanderer. Sehr starke Limited-Karte. Kann halt zwei ordentlich gute Kreaturen ins Exil schicken. Sehr solide Karte. Und Oath of Kaya. Oh ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Vielleicht noch eine Foil. Nein, es ist nur der Oath. Aber auf jeden Fall auch eine spielbare Karte. So in den Planeswalker-Decks vielleicht im Moment. Esper Control wird die Karte vielleicht gespielt werden. Ist auf jeden Fall eine gute Karte. Mit der eingebauten Lightning-Helix. Auf jeden Fall nicht schlecht. Sorgt dafür, dass man ordentlich Lebenspunkte wiederbekommt. Falls die eigenen Planeswalker auch angegriffen werden. Der Schaden ist hier nicht ganz so relevant. Man benutzt die erste Fähigkeit quasi auch als Removal. Ist aber eine sehr gute Karte. Habe ich jetzt auch schon ein bisschen mitgespielt. Nehmen wir auch auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein guter Start. Ja, so kann es auf jeden Fall weitergehen. Mal schauen. Booster Nummer 3. So. Schauen wir mal. Als erstes der Warscreecher. Ja, das sind wieder die üblichen Limited-Verdächtigen. Auch Skalker. Nicht so schlecht. Manticore generell. Die Emask-Karten finde ich sehr gut im Limited. Auch gerade jetzt im Draft. Ich habe ja nur bisher Sealed gespielt. Im Draft. Wenn man da auf jeden Fall die richtigen Karten zusammendraftet. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark aus. Auch definitiv eine gute Kammen für dieses Deck. Der Wrangler. Das ist alles in Ordnung. Wie gesagt, die Emask-Karten finde ich ziemlich gut. Wall of Runes haben wir jetzt auch schon getestet. Als Upgrade in unserem High Alert Deck. Quasi das Defender-Agro-Deck. Auch eine ungewöhnliche Kombination. War aber auch eine gute Karte. Generell fand ich sowieso in der Edition ordentlich spielbare Karten. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und genau hier wieder Prowler. Auf jeden Fall auch eine solide Ankammen. Der Taskmaster. Und, oh, ein Teferi. Der 3-Mana-Teferi. Oh, und ein Foil-Deliver-Unto-Evil noch hinterher. Das finde ich ja jetzt nicht so super, super stark. Haben wir sehr intensiv während der Spoiler-Videos drüber geredet. Aber noch mal so als ganz nette Foil-Rare dazu. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber auch hier der 3-Mana-Teferi. Der ist auf jeden Fall sehr solide. Habe ich jetzt auch schon oft mitgespielt. Aber auch oft gegen ihn gespielt. Scheint auf jeden Fall eine gute Karte zu sein. Wird viel getestet in so Wilderness-Reclamation-Decks aktuell im Standard. Ist auf jeden Fall gut auch gegen andere Control-Decks. Durch seine Static-Ability. Definitiv ein guter Planeswalker. Aber davon haben wir ja wirklich sehr viele hier in der Edition. Gerade bei den Planeswalkern sind echt ein paar gute spielbare dabei. Auch meine anfängliche Angst, dass das eventuell zu viele Planeswalker sind. Oder die viel zu stark sind. Ist mittlerweile auch so ein bisschen vergangen. Vom Power-Level her auf jeden Fall in Ordnung. Die Karten sind nicht zu gut. Aber auch nicht zu schlecht. Sodass wir eben ein paar neue Standard-Decks eventuell sehen. Gefällt mir auf jeden Fall bisher ganz gut. So was ich erlebt habe mit der Edition. Ihr könnt auch gerne mal einen Kommentar hier unter diesem Video dalassen. Wie gefällt euch die Edition bisher? Bin ich auch mal gespannt, was die Community sagt. Aber ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Macht auf jeden Fall Spaß zu zocken. Und jetzt machen wir auch mal weiter. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der Booster angekommen. Aber klar, das erste Video. Da müssen wir erstmal wieder reinkommen. Gibt halt echt viele neue Sachen, die wir hier bereden können mit der Edition. Sind halt echt ein paar spielbare Karten dabei. Hier die Epiphany. Fand ich mit Kevnit sehr gut zusammen in Kombination. Habe ich ja bei dem Online-Event mal gezockt. Hat mir auch sehr gut gefallen. Gar nicht mal verkehrt. Hier wieder ein paar nette Limited-Karten. Band Together. Auch ein sehr solides Limited-Removal. Prison Realm auch ziemlich gut. Hat sich jetzt auch schon so in den ersten Constructed-Decks gezeigt. Wenn man halt nicht Esper-Control spielen will. Sondern halt wieder UW-Control. Also Azorius-Control. Scheint im Moment auch machbar zu sein. Also sehr gut machbar zu sein im Standard-Format. Hier auch eine sehr gute Karte. Könntet ihr euch eventuell auch schon mal sichern. Gar nicht mal so schlecht. Als Uncommon kann man das natürlich ganz leicht machen. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Dann hier das Plating. Und, uh, ich habe schon auf die Liliana gehofft. Aber wir sind noch bei den Uncommons. Nochmal Ashiok. Gefällt mir auch sehr gut. Habe ich jetzt auch schon in einigen Decks gesehen. Gerade in Kombination mit Kaya. Also nicht nur dem Enchantment hier. Sondern mit der Planeswalker in Kaya. Sehr gute Synergie. Die funktionieren wirklich gut zusammen. Generell Ashiok, coole Karte im Limited. Mildt er auch mal den Gegner tatsächlich tot. Falls das Board sehr voll ist. Also wirklich generell eine sehr gute Ankommen wieder hier. Nicht zu stark. Aber eben auch nicht zu schlecht. Gefällt mir sehr gut. Okay, und die Rare ist ein Awakening of V2Gasi. Haben wir auch schon recht viel drüber geredet. Kann man mal einen Gegner mit überraschen. Vielleicht in so einem Markendeck. Eventuell auch mit der Simic Ascendancy. Kann man da ein ganz nettes Fun-Deck drum bauen. Aber an sich jetzt nicht die übermäßig starke Rare. Ja, aber ist auf jeden Fall in Ordnung. So, das war Booster Nummer 4. Ist okay. Aber der Anfang war ja auf jeden Fall nicht so schlecht. Machen wir mal weiter. Da kommt bestimmt noch was. Noch ein guter Planeswalker. Wir haben auch noch gar keine Mythic Rare gesehen. Da müssen wir mal schauen. Da kommt ja bestimmt auch noch eine. Mindestens eine. Ich hoffe es zumindest. Mal schauen. So, Booster Nummer 5. Erstmal die Cummins. Ja, ich denke mal, hier haben wir jetzt schon fast tatsächlich die wichtigsten gesehen. Hier die Ghost Form finde ich ganz cool. Aber wie gesagt, die Cummins sind halt überwiegend Limited Karten. Also für Sealed und für Straft die Geode. Zum Color Fixen ist halt auch ganz nett. So ein paar Flyer. Aber ich denke mal, da müssen wir jetzt nicht super viel drüber reden. Schauen wir mal, was die Uncommons hergeben. Hier ist mir die Bleeding Edge. Sehr gute Limited Karte halt. Removal mit MS-2 auf einer Karte. Ziemlich stark. Kann man auf jeden Fall zocken. Der Scorn hat mir auch richtig gut gefallen. Ähnlich wie die Spark hier in der Edition. Wirklich gute Uncoming Removal. Kann man auch auf jeden Fall zocken. Der T-Bald. Ihn habe ich noch nicht getestet. Vielleicht als Sideboard Karte. Für Mono Rot. Auch halt eine sehr starke Karte. Und der Time Wipe. Ah ja. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Eben kurz drüber geredet, dass hier Azurius Control, also UW Control, nicht wirklich S-Bar Control, auch wieder spielbar wird. Mit den verschiedenen Teferis, die ganzen Planeswalker, die gekommen sind. Und da kann man dann halt auch wieder Settle the Wreckage in Kombination zum Beispiel mit dem Time Wipe spielen. Habe ich jetzt auch schon öfters gesehen. Funktioniert auch ganz gut. Also Time Wipe auf jeden Fall spielbar. Als Mass Removal nehmen wir mit. Sehr gerne. Und ja, Halbzeit. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. War auf jeden Fall ein ganz guter Anfang. Ich mache mir so ein kleines bisschen Platz. Dann Booster Nr. 6. So, schauen wir mal. No Escape als erste Karte. Wieder die üblichen Limited Verdächtigen. Gehen wir mal weiter. Initiate. Schön fürs Mass Deck. Da sind wirklich ein paar gute Karten hier auf jeden Fall dabei. Schauen wir mal die Uncommons. Grazer spiele ich im Moment ganz gerne im Simic Ramp. Ist auch nicht so verkehrt. Ah, Ajani's Pride Mate. Das ist schon fast ein Klassiker mittlerweile. Hier mit neuem Artwork. Erkennt man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick. Immer eine solide Karte. Aber halt ein Reprint. Müssen wir glaube ich nicht viel drüber reden. Nochmal der Taskmaster. Naset. Auch sehr gut. Habe ich unter anderem jetzt auch schon in den Control Decks gesehen. Nicht nur in Espor Control. Sondern halt auch hier in dem eben angesprochenen UW-Control Deck. Gute Karte. Kann man auch auf jeden Fall zocken. Dann der Missium Tank. Der ist ganz nett. Aber aktuell Monorot RDW. Das Deck hat halt super gute Karten. Da braucht man im Moment nicht unbedingt den Tank. Ist auf jeden Fall spielbar. Eventuell nach der Rotation dann im Herbst. Müssen wir dann uns eventuell nochmal anschauen. Jetzt erstmal. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Und, ah, keine Feul. Ich dachte wir haben vielleicht noch eine Feul. Ist in Ordnung. Der Tank, der Panzer, ist auf jeden Fall spielbar. Ist in Ordnung. Wie gesagt, das Monorote Deck hat aktuell deutlich bessere Karten. Hier in dem Set ist ja auch noch ein zweites Fahrzeug. Dieses, ja das U-Boot, was Doppelblau kostet. Das Zweimana-Fahrzeug. Das ist halt auch eine ganz gute Karte. Könnte man zum Beispiel im Monoblauen Tempo-Deck spielen. Aber auch das Deck, ähnlich wie das Rote Deck. Das Deck hat halt schon super gute Karten. Wie gesagt, vielleicht nach der Rotation. Da können wir uns die Karten dann nochmal anschauen. Gehen wir jetzt erstmal hier zum nächsten Booster. Ja, so, wo sind die Uncommons? Mal schauen. Oh, nettes Limited Removal. Ist alles dabei. Oh ja, Angrads Rampage. Da nehme ich auf jeden Fall noch mehrere von super gute spielbare Karten. Einfach, weil sie auch so wenig Mana kostet. Natürlich, der Gegner kann sich immer aussuchen, was für eine Karte er genau dann opfert. Aber dennoch, wenn der Gegner nur einen Planeswalker spielt, für zwei Mana den Planeswalker abschießen. Das ist halt schon super stark. Super gute Uncummon. Haben wir halt echt viele in dem Set, wie gesagt. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Emergence Zone ist ganz nett. Nochmal der Dovin. Auch der ist ganz in Ordnung. Nicht übermäßig stark. Oh, Single Combat. Will ich auch noch unbedingt ausprobieren. Man hat natürlich sehr viel Mass Removal Konkurrenz hier im Moment. Aber die einzigartige Fähigkeit. Das ist schon ganz cool. Scheint eine ganz gute Karte zu sein. Ich will sie auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Auch hier. Falls ihr es schon mal getestet habt, gerne Feedback in die Kommentare. Ich glaube, die Karte ist ganz gut. Natürlich, im Moment gibt es richtig viel Mass Removal. Wir haben nicht nur Time Wipe. Gerade hier die Mono-Weißen Mass Removal. Cleansing Nova. Settle the Wreckage. Ist auch immer noch standardlegal. Gibt halt viel Konkurrenz. Sollte man meiner Meinung nach aber auf jeden Fall mal testen. Die Karte könnte echt ganz gut sein. Die nehmen wir hier sehr gerne nochmal mit an der Stelle. Top. Das war das siebte Booster. Gehen wir mal zu Booster Nummero 8. So. Perfekt. Weiter geht's. So. Der Links als erstes. Ja, das sind jetzt alles hier noch so, wie gesagt, die üblichen Verdächtigen. Ich glaube, da müssen wir jetzt noch nicht mehr so viel zu sagen. So. Oh, doch hier noch der Enforcer. Sehr gute Kamen auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr stark. Nicht nur im Limited. Sehe ich manchmal auch im Standard jetzt aktuell. So als One-Drop in den White Weenie Decks. Ist auf jeden Fall eine gute Karte. Gerade als Kamen. Nicht unterschätzen. Auf jeden Fall gut. Defined Strike. Der ist natürlich wichtig für das Feather Deck. Den hatten wir auch schon auf dem Kanal. Hat mir auch sehr gut gefallen. Was haben wir bei den Uncommons? Der Electro Mancer. Ja, sehr schlechtes Flametong-Kavu. Habe ich bei den Spoiler-Karten gesagt. So als Limited-Karte. Kann er in Ordnung sein. Nicht übermäßig stark. Den Scorn nehmen wir wie immer gerne mit. Gute Uncommons. Der Teo ist auch auf jeden Fall spielbar. Habe ich auch schon gezockt. Ist eine ganz gute Karte. Gerade da wir selber Hexproof kriegen. Manchmal gegen Discard oder gegen Burndex. Echt eine gute Karte. Ist in Ordnung. Und der District. Ah, schade. Gerade Rare-Länder nehme ich ja ganz gerne mit. Hier der District als Man-Land. Nicht die schlechteste Karte. Aber auch nicht übermäßig stark. Hier in dem Set Blast Zone ist mein Favorit bei den Ländern, würde ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, da noch eine zu sehen. Aber wir sind ja hier noch ganz am Anfang in der Unboxing-Season. Also wir machen hier noch einige Sachen zusammen auf. Da wird mit Sicherheit noch einiges zu sehen sein. Bin ich sehr gespannt. Machen wir jetzt erstmal hier noch zusammen die letzten zwei Booster auf. Vielleicht haben wir ja nochmal Glück. Schauen wir mal. So. Gehen wir zu den Uncommons. Oh, hier nochmal der Hulk. Auf jeden Fall nett. Auch im Limited für die Proliferate-Decks. Gar nicht mal so schlecht. Hier nochmal ganz kurz. Müll ich nochmal einschieben. Wunderschönes Artwork. Sehr schöne Karte. Habe ich eine Story zu auf Twitter gelesen. Kann ich euch mal verlinken. Von dem Künstler. Schönes Bild auf jeden Fall. Richtig cool. Verlinke ich euch mal. Falls ihr mal reinschauen wollt. Hier nochmal der Aven Eternal. Auch eine sehr gute Karte für das Limited. Für die Mastex. Generell eine fliegende Kreatur. Gar nicht mal so verkehrt. Kann man gut zocken. Rahls Outburst. Als Uncoming. Habe ich jetzt als One-Off in meinem Rahl-Kombo-Deck mal getestet. Macht halt Schaden. Sucht noch eine Karte. Gerade in so einem Kombo-Deck. Definitiv eine gute Karte. Also wenn ihr irgendwie in der Farbkombination was zockt. Ist auf jeden Fall ein guter Spell. Kann man mal ausprobieren. Ja, Dovins Veto. Das ist natürlich ein super guter Spell Negieren. Was selber nicht gecountert werden kann. Natürlich dafür in, ja, Doppel-Colored. Also ein bisschen schwerer zu casten in den Azorius-Farben. Dennoch richtig guter Zauberspruch. Den werden wir wahrscheinlich noch sehr lange bei Magic sehen. Auch außerhalb des Standardformats. Super, super gut. Eventuell so betrachtet. Eventuell sogar die stärkste ankammende Sets. Dovins Veto. Super, super gut. Schön hatten wir die hier auch nochmal. Die Operation. Und nochmal Arjani. The Great-Hearted. Finde ich auch ganz solide. Die Rare Planeswalker. Da habe ich ein paar Planeswalker, die ich auf jeden Fall besser finde. Mit dem Arjani kann man auf jeden Fall zocken. Er kann sich halt relativ gut selber beschützen. Da unsere Kreaturen Vigilance kriegen. Man spielt ihn natürlich in so einem Midrange-Stack mit recht vielen großen, starken Kreaturen. Da kann er ganz gut funktionieren. Ich finde zum Beispiel den Sorin ein bisschen besser. Aber ist auf jeden Fall ein guter, spielbarer Planeswalker. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Wir hatten ja hier auch schon den Teferi. Der ist nämlich auch scheinbar richtig, richtig gut. Also ist auf jeden Fall in Ordnung. Und dann schauen wir mal, vielleicht haben wir ja noch Glück, das letzte Booster. Schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Und dann sind wir schon wieder am Ende hier von dem ersten Unboxing-Video angekommen. Das geht immer so schnell. Aber wie gesagt, wir haben ja noch einige Sachen vor uns. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Schauen wir uns jetzt hier. Die letzten Uncomings an. Nochmal der Mayhem-Devil. Habe ich im Aristocrats-Deck schon getestet. Gefällt mir auch ganz gut. Ist auf jeden Fall eine nette Karte. Die Swings. Oh, ich glaube, wir haben nochmal eine Foil zum Abschluss. Der Beacon. Okay, jetzt kommt die... Oh, der Bolas kommt nochmal genau ganz am Ende. Perfekt. Nochmal den Bolas hier im Bundle gehabt. Natürlich eine super starke Planeswalker-Karte. Sehr krass, dass wir ihn jetzt hier schon sehen. Direkt nochmal den Chef am Ende. Ziemlich cool. U-Ings Conjurant. Noch ein Foil dazu. Oh, die sieht in Foil aber auch richtig, richtig cool aus, die Karte. Ja. Was für ein letztes Booster. Das ist auf jeden Fall der perfekte Abschluss. Da kann ich wirklich nichts mehr sagen. Das Bundle, das war auf jeden Fall nicht schlecht. Und ja, hier der Bolas nochmal zum Abschluss. Der ist natürlich nochmal perfekt. Der rundet die Sache nochmal ab. Sehr schön. Das war auf jeden Fall hier das erste Unboxing aus der Unboxing-Reihe auf dem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei wart. Falls ihr noch selber Booster aufmachen solltet. Draftet, Ziel spielt irgendwas. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Und wo wir gerade beim Thema Daumen sind, falls euch das Video und die Videoreihe gefällt, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch freuen. Wisst ihr ja super cool von euch. Und ja, das war es erstmal von mir mit dem ersten Unboxing-Video. Macht euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020